Guten Morgen Leute, Montagmorgen, eigentlich Zeit für den Rückspiegel. Wir möchten diese Woche aber aus Respekt der Situation gegenüber in der Ukraine keinen Rückspiegel drehen. Wir sind sowohl nicht in der Stimmung und ich denke, es ist auch nicht passend, dass wir das heute machen werden. Wir hoffen, ihr habt Verständnis dafür. Heute gibt es leider keinen Rückspiegel. Aber wir sehen auch in den sozialen Medien und so weiter und so fort, es wird hier wirklich schon sehr viel Unterstützung geboten. Unter anderem auch Herr Dretschewitsch hat hier direkt mal Mut bewiesen und auch eingegriffen und hat hier zu Spenden aufgerufen. Und wir finden es einfach klasse. Und deswegen werden wir diese Woche einfach den Montag ruhen, ruhig lassen und sind einfach im Gedanken bei den ganzen Menschen, die jetzt wirklich eine sehr, sehr schwere Situation haben. Deswegen werden wir uns nächsten Montag erst wieder sehen, wie gewohnt hoffentlich dann mit vielen verschiedenen Spielen und auch wieder Spaß haben. Und bis dahin sagen wir einfach Tschüss, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ciao.